Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Mordor Schatten. So, ne? Ähm, ja. Wo wollen wir denn hin? Es ist... Wir müssen ja die vier Häuptlinge töten, das ist mir schon mal klar. Jetzt jedoch... Ich wollte eigentlich mit dem zerbrochenen Erinnerung noch schnell fortfahren. Das ist eigentlich die Hauptstory. Ich will jetzt mal wieder Hauptstory spielen. Die ganze Zeit hier, ähm... Einfach wieder Hauptstory mal machen. Also nebenbei die ganze Zeit mit diesen Häuptlingen, Hauptmänner, Orks, Gratback, wie da immer auch hieß. Jetzt würde ich hier mal... So, ne? Ich bin so bereit für die Schlacht, wie ich es je sein werde. So ist's recht. Lass uns Seite an Seite kämpfen. Auftrag... Auftrag... Dies Geschäft namens Gollum wird vor dem Geist angezogen, den er leuchtender Herr nennt. Dein Schicksal scheint mit seinem verstrickt zu sein. Schauen wir uns das mal an. Du süße, kleine Ratte... Versteckst du dich? Entweihe noch eine Leiche und du teilst dir Schicksal. Zeig mir noch einen Schatz aus deinen Träumen. Ja... Wir werden uns beweisen, leuchtender Herr. Wir zeigen, dass wir gut sind... Für uns zu ihm. Ja... Kommt! Hier lang! Kommt schon! Los! Hier lang! Los! Hier lang! Ich hab' mir vorgezogen... Weil im letzten Mal gab es keine Orxe! Sie spreßen aus dem Boden hervor! Ich bin viel schneller... Scheiße, das ist cool. Der Hauptmann hat glatt hart gekämpft. Der Hauptwasser soll ihm nie an den Graf allem durch die Luft gekämpft. Talalalalalalalala. Garstige dort oben. Tötet sie. In der letzten Schlacht war der Kreis auf seinem Faden niedergemetzelt. Dann kann er diesen stinkenden Tag der Englick aus dem Wind holen. Ey, was läuft denn jetzt? Ich weiß nicht mal, wie er immer klettert. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt fahrt Tamina eins. Ja, was? Der gehört, dass ihre Kreatur hier wieder rumgeschnüffelt hat. Sie ist leider schon wieder entkommen. Der leuchtende Herr bringt uns zum Schatz. Wir zeigen es ihm. Wir zeigen es ihm. Und er belohnt uns. Der leuchtenden Herrn, den ebenen Herrn. Er sieht nicht gut wie Fisch an der Luft. Aber der dreckige, diebische Waldläufer kommt mit. Dreckiger Waldläufer. Er riecht. Er stinkt. Er tut uns weh. Er bestiehlt uns wie Beutlins. Alter, jetzt mach mal die Klappe. Ihr zeigt ihn uns, dann nehmen wir ihn. Ihr zeigt ihn uns, dann stiehlt er ihn. Nein, nein. Wir nehmen ihn, den Schatz. Wir nehmen ihn, oh Spitzer, Spitzerstein. Aber nicht wehtun, nicht wehtun. Braver Spitzerstein, führe uns. Leuchten nachher. Ihr geht. Wir warten hier auf euch. Das ist ein Artefakt der Visionen. Also hier hat's doch so... Das ist doch ein Artefakt, oder? Hier ist es ja. Oder? Nö. Das Artefakt der Visionen. Was soll denn der Scheiß sein? Da ist noch, glaub ich, das sind Pflänzchen hier. Oder? Da, das sind Pflänzchen. Also, ich glaub, hier sind nicht... Die Spuren sind, äh... Dein Freund scheint uns allzu gern in Gefahr zu stürzen. Das Wissen über meine Vergangenheit ist jede Gefahr wert. Die Orks sind... Was ist das so ein Idiot, ey? Für die Spuren hin? Aha. Jetzt ist er wieder hier durch... Jetzt wird er hier durchgelaufen. Ey, das ist so ein... So ein kleiner Drecksspast. Ist er da hochgerannt? Nö. Scheiße! Ja, so klingt das... Immer mal wieder... Wo bist du jetzt? Kage. Also, jetzt ist er... Hier durchgelaufen, oder was? Ey, alter! Kann der nicht einfach mal gerade laufen? Ah ha. Aha. Welch ein edles Geschenk. Doch wo ist mein Schatz? Komm her! Lass ihn gehen. Was nutzen uns diese Träume? Sie geben uns keine Antworten, nur weitere Fragen. Das sind nicht bloß Träume. Mit jeder Vision wird meine Macht noch stärker. Der wird uns beschützen. Der Waldläufer geht lieber. Sehr gefährlich ist es hier. Wir warten am alten Turm auf ihn. Ach du kaget. Na toll. Okay drücken. Drücken. Aha. Aha. Okay. Ah. Ich muss glaube ich für Treffer sie die aufbauen, ne? Alter. Ich bin auf 36, Mann. Warte noch. Warte noch. Warte noch. Bis er kommt. Jetzt. Noch 50. Kannst du es wiederholen? Nochmal, 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 nochmal. Alter. Wie viele kommen da noch? Ich überlege das nicht mehr lange. Komm. Geistesblitz. Zurbrochene Erinnerung. Juhu. Der Albrecht Gollum wird uns bei der ersten Gelegenheit an die schwarze Hand verraten. Er mag den dunklen Herrscher nicht. Diese Kreatur spielt eine Rolle im Schicksal Mittelerdes. Ich kann es spüren. Aha. Ja. Ich spüre es. Ich spüre es mir so falsch vor, die Menschen mit ihren dreckigen Fingern an das Zeug heranzulassen. Irgendjemand muss ja unser Faktor ausgaben. Der dunkle Herrscher wird sein Eigentum. Mir ist es egal wer es anpasst, solange er es zurückerhält. So, ne? Nächster Turm. Wir sind am nächsten Turm. Gresel. Ein Neuer. Juhu. Morador nimmt die Form der Elke an. Das ist ein Problem. Das ist das nicht möglich. Das kann mich doch mal. Was haben wir denn hier? Neu Aufträge und oh. Und ah... Schön. Ja, neue Aufträge. Es ist ein Neu Aufträge. ist so zu so viel so viel eins sind alles machen wo war ich denn mal so fähigkeitspunkt verbesserungen ist wieder was freigeschalten nein wieder fokus hat nein das wollte ich eigentlich nicht fortschritt haupt aufträge nein fähigkeiten hier war es kritischer treffer letzte chance todesstoß gift terrorisieren schatten angriff festnageln schleich aufzehrung geist blitz kann ich kann nichts mehr nichts machen außer terrorisieren ja gut terrorisieren kommt sehr schön dass das erb 2 und stehende gegner sehr schön schleich tötung so ne also sind wir hier unten eigentlich sowas rotes auf der welt ich probiere gleich mal das terrorisieren da war denn da unten das sind vielleicht doch ein bisschen mehr oho hauptmann hauptmännchen dass ich wieder scheiße nun gegen fern kann das ist mir nur uns gegen uns kämpfen macht doch nicht wie mache ich mit das weiß ich welche damit zwar